Hey, schön, dass du da bist. Heute wieder am Donnerstag. Heute verrate ich dir einen der besten Dinge, die du im Flirt machen kannst, die leider fast kein Mensch macht, die fast kein Mann macht. 99% der Männer, mit denen ich zusammenarbeite, machen das nicht und machen es immer erst dann, wenn ich es ihnen im Coaching dann erkläre und ihnen zeige, wie das funktioniert. Und deswegen gebe ich dir diese Sache, diese eine Sache heute mit, die deine Kommunikation mit Frauen, aber auch deine Kommunikation mit Menschen allgemein aufs nächste Level bringen wird. Sicherlich kennst du das auch, du redest mit einer Frau und ihr spielt euch ein bisschen gegenseitig die Informationen rüber. Sie fragt dich was, du fragst sie was. Du fragst sie, hey, wo kommst du her? Ja, ich komme da und da her. Und du, ja, ich komme da her. Was machst du beruflich? Das mache ich beruflich. La, la, la. Und dieses Ping-Pong-Informations-Frage-Spiel. Wenn du das kennst, dann weißt du wahrscheinlich genau wie ich und fast alle meiner Coaching-Teilnehmer, wie langweilig das sein kann. Und du glaubst gar nicht, wie schnell dich das aus einem Gespräch mit einer Frau raushauen kann. Jetzt will ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Letztens war ich in Potsdam unterwegs und da, also wir waren, ich war mit meiner Familie unterwegs, wir waren im Schlosspark Sanssouci. So, das ist relativ weit abseits von Berlin und wir waren in so einem relativ abgelegenen Stück des Parks. Und dann gehe ich da so lang und dann komme ich auf so einen Mann zu, der an so einem Tor steht und der schaut mich an, zeigt mir den Finger auf mich und sagt, Ich kenne dich von YouTube. Bin ich dazu hingegangen, wir haben angefangen zu quatschen und es hat sich herausgestellt, der kennt mich tatsächlich von YouTube und guckt meinen Channel schon seit einer ganzen Weile. Und dann hat er mir einiges erzählt, la, la, la. Und dann hat er mir eine unglaubliche Geschichte erzählt und ich musste so lachen. Und diese Geschichte habe ich so oft schon wiedergegeben und jeder, dem ich die erzähle, glaubt nicht, dass das wirklich passiert ist. Auf jeden Fall erzählt er mir, dass er letztens in der Uni eine Frau angesprochen hat und dann zur Verabschiedung hat er sie umarmt. Hat sich nichts Böses dabei gedacht. Und ein paar Tage später wurde er dann ins Büro der Dekanin gerufen und hat erfahren, dass er eine Anzeige bekommen hat, weil er diese Frau umarmt hat. Und die Dekanin meinte, man müsste sein Verhalten mal ganz besonders überdenken, was denn da los sei mit ihm. Unglaublich, das habe ich noch nie gehört, dass ein Mann eine Frau umarmt hat, einfach so ganz normal umarmt und dann eine Anzeige bekommen hat. Das hat er mir erzählt und ich stand dann da und musste mega lachen und dann hat er sein lustiges Taschenbuch ausgepackt. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das noch, diese Bücher, diese Mickey-Maus-Bücher, diese ganz alten. So, der packt das so aus und ich denke mir, was macht er jetzt mit diesem Buch? Und dann hält er es mir hin und sagt mir, kannst du mir ein Autogramm da reingeben? Und ich so, ich musste lachen und war so, okay, ja, klar. Und dann habe ich so ein Autogramm in sein lustiges Taschenbuch geschrieben und dann nimmt er den Stift und schreibt noch so das Datum drunter. So wie bei so einem richtigen Super-Promi, so ich der YouTube-Typ mit 2000 Abonnenten, wie bei so einem Super-Promi schreibt er da so das Datum noch drunter, so um das mal vielleicht irgendwo bei Ebay verkaufen zu können, wenn ich dann ganz berühmt geworden bin. Und das war eine der witzigsten Fanbegegnungen überhaupt, aber diese Geschichte, dass jemand eine Frau umarmt hat und dann eine Anzeige bekommen hat. Ich habe so gelacht, das habe ich noch nie gehört und immer, wenn ich das weitererzähle, niemand glaubt mir, dass das wirklich so passiert ist. Und die Leute fragen immer, was hat er denn gemacht? Wie hat er die denn umarmt? Und ich so, ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Warum habe ich jetzt diese Geschichte erzählt? Ich habe diese Geschichte erzählt, weil ich dir mit der Geschichte zeigen wollte, was ich die ganze Zeit meine. Fass oder beziehungsweise das, was die Männer nicht machen im Gespräch, das, was die Männer einfach nicht nutzen, sind Geschichten. Deine Gespräche sind deswegen so langweilig und nicht zum Ergebnis, weil du sehr viel Ping-Pong mit Informationen spielst wahrscheinlich. Ja, du tauschst Informationen aus, es ist so ein nettes Gespräch, aber es ist auch so ein Gespräch, das könnte diese Frau mit jedem führen. Ja, du musst Folgendes verstehen. Die Frau, wenn du sie kennenlernst, hast du in ihren Augen erstmal keinen weiteren Wert. Außer du siehst so, also du siehst gut aus und sie findet dich gut aussehend, du bist ihr Typ, dann hast du erstmal Wert. Ansonsten hast du bei einer fremden Frau erstmal ja keinen Wert, weil die weiß ja nichts über dich. Du könntest Bill Gates sein, du könntest eine milliardenschwere Firma haben, du könntest einer der beliebtesten Typen in der ganzen Stadt sein. Wenn sie dich nicht kennt, dann weiß sie das alles nicht. Und obwohl das alles für dich spielen würde, wenn sie es wüsste, weiß sie es einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, am Anfang des Gesprächs mit einer fremden Frau oder einer fremden Person allgemein geht es überhaupt erstmal darum, Wert zu zeigen und ihr zu zeigen, warum sie denn mit dir reden sollte oder warum du denn ein cooler Typ bist. Und eine der besten und einfachsten Dinge, um das zu machen und auch der spannendsten Dinge, ist es Geschichten erzählen. Weil natürlich willst du der Frau nicht sagen, hey guck mal, ich habe eine Million Euro oder schau mal mein Lamborghini da draußen, sondern du willst all diese positiven Dinge subtil vermitteln. Und das kannst du am besten mit Geschichten. Also ein paar der Gründe, warum Geschichten eine der besten Flirtmethoden oder Flirt-Taktiken ist, die es überhaupt gibt, ist, dass durch Geschichten lernen wir. Ja, früher schon in der Steinzeit, Gebrüder, Grimm, Märchen. Wir hören Geschichten und durch die Geschichten lernen wir etwas. In diesen Geschichten sind Informationen enthalten, die wir subtil, also unterschwellig aufnehmen. Ja, das kannst du dir mal angucken, indem du einfach mal eine Brüder-Grimm-Geschichte durchliest. Irgendeine Botschaft ist immer da drin. Sei nicht gierig, sei nicht das und das, sei nicht wütend, kontrolliere deine Emotionen oder was auch immer da die Message sein soll, gehe richtig mit Geld um. Es gibt in fast jeder, zum Beispiel in jedem Märchengeschichte, gibt es eine Lektion an dich, die du lernen sollst. Und genauso ist es, wenn du eine Geschichte erzählst einer Frau oder einer anderen Person. Diese andere Person wird zuhören und erstmal ist es ja interessant, weil jeder hört gerne Geschichten. Vor allem hört jeder gerne gut erzählte und spannende Geschichten. Und zusätzlich kannst du noch deine Persönlichkeit durch diese Geschichte vermitteln und zwar ganz unterschwellig und subtil. Und deswegen sind Geschichten so ein wertvolles und mächtiges Werkzeug, das du auf jeden Fall in jeder Konversation, aber auch speziell im Flirt benutzen solltest. Deine Gespräche werden interessanter werden. Deine Gespräche werden mehr Informationen haben, mit denen du arbeiten kannst, denn wenn du eine spannende Geschichte erzählst, dann kann man immer, von der Geschichte kann man immer auf irgendein anderes Thema überleiten. In jeder Geschichte ist irgendwas dabei, von dem man überleiten kann. Zum Beispiel die Geschichte, die ich dir gerade erzählt habe. Da sind einige Fragen offen geblieben. Warum kannte der Typ mich von YouTube? Was mache ich auf YouTube? Was genau ist passiert? Warum wurde er angezeigt? Was ist vielleicht danach mit der Frau passiert? Ja, keine Ahnung. Das sind so Sachen, die mir jetzt spontan einfallen. Aber es gibt ganz viele ungeklärte Fragen, wenn du eine Geschichte richtig erzählst. Also ganz viele Fragen, aus denen dann ein weiterer spannender Gesprächsteil entstehen kann. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, so wie ich das all meinen Teilnehmern, Coaching-Teilnehmern immer wieder empfehle und mitgebe, lerne, Geschichten zu erzählen. Und du kannst dir auch Geschichten zurechtlegen. Also überleg dir mal, was ist Spannendes in meinem Leben passiert. Und dann übe diese Geschichten zu erzählen und überleg dir auch, was kommt in diesen Geschichten rüber. Ein guter Kumpel von mir, der super erfolgreich mit Frauen ist, der hatte mal immer so drei, vier Geschichten, die er erzählt hat. Also drei, vier aus den Geschichten, die er erzählt hat, die hat er fast auf jedem Date erzählt und die haben wunderbar funktioniert. Dabei, und das ist das Tolle, muss die Geschichte nicht mal von dir kommen. Es kann auch sein, dass du eine Geschichte von jemand anderem erzählst, den du kennst. Das hat einige Vorteile, denn erstens erzählst du dann, dann ist nicht dieses Angeberische, kann schon mal gar nicht sein, weil du erzählst ja gar nicht von dir. Aber du kommunizierst gleichzeitig, hey, ich habe coole Freunde. Ja, wenn ich dir erzähle, wie ich mit Barack Obama befreundet bin und was für coole Sachen wir zusammen erlebt haben oder was für coole Sachen Barack Obama erlebt hat, die du nicht weißt, dann denkst du dir, wow, krass, dieser Typ kennt Barack Obama und dann habe ich Wert per Assoziation. Deswegen muss es nicht unbedingt eine Geschichte sein, in der du vorkommst, die deine Geschichte ist, sondern es kann auch eine Geschichte eines Freundes sein. Optimalerweise ist es natürlich deine Geschichte und mein Rat an dich, überleg dir zwei, drei Geschichten, die du immer mal erzählen kannst, wenn dir mal gerade nichts einfällt. So kannst du nämlich übrigens auch dieses Problem vorbeugen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, wenn du dir coole Geschichten zurechtlegst, aber das an der Stelle ganz wichtig, wahre Geschichten, das sollten keine Lügen sein, weil wenn du anfängst, Lügengeschichten zu erfinden, dann schadest du deinem Selbstbewusstsein auf Dauer sehr stark und das möchtest du nicht tun, denn ohne ein richtig gutes Selbstbewusstsein, ohne ein solides Selbstbewusstsein, werden deine Erfolge bei Frauen in den Keller gehen. Das heißt, du sabotierst dich nur selbst, wenn du anfängst, Lügengeschichten zu erzählen. Deswegen erzähl Geschichten, die wahr sind, überleg dir, was ist cooles in deinem Leben passiert und wenn du jetzt merkst, oh mein Gott, mir fällt ja gar nichts ein, dann sollte das ein Hinweis an dich sein, dass du mal coole Sachen in deinem Leben erfahren und erleben solltest. Also dann sollte das etwas in den Wach rufen und dir sagen, oh, warum kann ich keine coolen Geschichten erzählen und die Antwort ist, vielleicht erlebe ich einfach nicht genug coole Dinge und das ist super. Denn jetzt ist dir bewusst geworden, dass du vielleicht Dinge in deinem Leben verändern solltest, um mal ein bisschen mehr Spannung reinzubringen und dann hast du auch coole Geschichten, die du erzählen kannst. Genauso wie Geschichten funktionieren übrigens auch Meinungen. Das heißt, wenn du ein Thema mit der Frau besprichst, dann äußere deine Meinung dazu, wenn du schon keine Geschichte dazu hast. Natürlich hat man nicht zu jedem Thema eine Geschichte, aber man hat sicherlich zu jedem Thema eine Meinung und indem du deine Meinung äußerst, hast du den Vorteil, dass du deine Persönlichkeit ausdrückst, dass du wie ein Mann mit Ecken und Kanten wirkst und nicht einfach wie jemand, der überhaupt keine Meinung zu irgendwas hat. Das heißt, wenn es bis jetzt ein Problem bei dir ist, wenn deine Gespräche langweilig sind, wenn du das Gefühl hast, deine Gespräche führen nirgendwo hin oder es ist langweilig und dann meldet sie vor sich nicht mehr, dann check mal deine Gespräche danach, ob du viele Geschichten erzählst oder ob allgemein viel Meinung vorkommen in deinen Gesprächen oder vor allem wirklich viele Geschichten. Und wenn du merkst, das ist nicht so, dann schau mal, setz dich mal hin, überleg dir mal zwei, drei coole Geschichten aus deinem Leben und konzentrier dich mal aktiv darauf, in den nächsten Flirtgesprächen oder Gesprächen mit Menschen allgemein diese Geschichten zu erzählen. Und das Tolle ist, du kannst Geschichten erzählen vom ersten Moment eines Kennenlernens bis hin zum kurz vor dem Sex oder auch noch, während du die Frau weiterhin datest. Geschichten haben immer Platz, Geschichten haben immer ihren Sinn und das ist übrigens auch das, wo ich letztens von Instagram gesprochen habe, wo ich meinte, Instagram ist eine ganz starke Plattform, weil wenn du deinen Instagram-Account richtig aufbaust und die Frau geht dann da drauf und sieht die Bilder, die du da gepostet hast, dann erzählen diese Bilder ja eine Geschichte. Das ist genau das Gleiche, nur erzählen diese Bilder halt passiv eine Geschichte, während du, während du mit der Frau redest, aktiv eine Geschichte erzählen kannst. Aber deswegen ist Instagram beispielsweise so stark, weil die Frau guckt sich halt dein Profil an, ja, wenn ihr eure Instagram-Daten getauscht habt und dann sieht die dein Profil und dann sieht die die Bilder, die du gut ausgewählt hast, sowie die Geschichten, die du gut auswählst und ja, dann kriegt sie halt einen gewissen Eindruck von dir und du kannst diesen Eindruck halt steuern bei Instagram, so wie wenn du dir Gedanken um deine Geschichten machst. Also überleg dir halt, wie möchte ich diese Geschichte erzählen, was möchte ich in diese Geschichte rüberbringen und wie kann ich die Geschichte spannend erzählen. Deswegen setz dich hin nach dieser Videoaufgabe an dich, überleg dir mindestens eine Geschichte aus deinem Leben, die cool ist, die spannend ist und überleg dir auch, wie du sie erzählen willst und überleg vor allem, was in dieser Geschichte rüberkommen soll. Geschichten erzählen eines der mächtigsten Flirt-Werkzeuge überhaupt, das komplett unterbenutzt ist, weil niemand weiß, wie mächtig das ist. Schön, dass du dabei warst. Hier links kannst du den Channel abonnieren, unter mir kannst du dich für einen der letzten Coachingplätze in diesem Jahr bewerben. Ein paar sind noch frei, sonst geht es dann erst Anfang nächsten Jahres weiter und unten links in der Ecke geht es zum letzten Video auf diesem Channel, in dem ich dir von Hörbüchern und deren Macht für deine persönliche Entwicklung erzähle. Schau es dir unbedingt an und wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin, ciao.